und damit willkommen seid gegrüßt zu einem kleinen stream auf zwölf willkommen zu meinem großen fasching stream ich habe tatsächlich ich habe mich mal habe hier mal ein schönes super mario kostüm angezogen ich habe ein komplettes super mario der hut ist jetzt ein bisschen wenig kopfhörern mal schauen wie lange ich dieses kostüm getragen kann es ist mir dann doch ein bisschen rausgewachsen um ehrlich zu sein es ist es ist ein bisschen eng ich bin breit gewohnt es ist ja das ist ein bisschen eng ich bin breit gewohnt es ist ja das guy put on a mask that makes it look like he isn't wearing his mask properly idiot es ist halt es sieht halt so aus als hätte die maske es ist halt eigentlich nicht mehr lustig mittlerweile aber die maske ist schon cool muss man schon sagen das ist allendlich ich finde es nicht schlecht kann man meine linke hand hier gerade mal meine linke hand schutz hier meine rechte dann macht es wenig sind dann gleich die maus nicht bedienen ja dann haben wir man wirklich das sieht es also muss auf links drehen kann ich kein mal gerade machen auf links auf links drehen macht ihr gar nicht sonst auf links drehen macht sogar sind dann sieht man den aufdruck hinten nicht drauf aber was soll es das mal so rum anziehen dass das innen ist und das außen und die handschuhe falsch rum ansetzen ist das ins auge das ging ins auge oh man die katze macht komische geräusche ja sehr schön hearing was taking place during a virtual court session and a lawyer forgot to turn off the cat filter der hat vom letzten vom letzten live stream noch wo er sich jetzt katzenfilter hat er noch den hat noch den katzenfilter drauf und sitzt in einer seriösen hier was haben wir stehen 394 das tritt kurz daher dann wieso gerichts für so einen krieg sich die vollziehen sondern so eine anwälte treffen und so weiter das hat hier schön die video settings in der katze treffen sich treten drei richter und der eine hat noch die den katzenfilter drauf das ist ja schön die lachen fällt mir ja fast das dort ab der hat auch keine hobbits oder aber seine gesichter in den In den Schnee drücken. In der Wand von der Gesichter. Das ist krass. Der Bart juckt in der Nase. Der Bart juckt in der Nase. Aha. Das sind zwei Trauben, die in Rosinen. Die Rosinen sind ekelhaft. Ich ziehe mir Handschuhe aus. Das ist nichts Wahres. Ich habe das mal gesehen. Weiße Handschuhe gehören mit dazu. Das habe ich mir selbst gebastelt. Das Kostüm. Auch mit den Knöpfen hier dran. Die man jetzt hier relativ wenig sieht. Dem wird es mir ins Gesicht gefallen. Ja. Sehr schön. Schöne Szenen spielen sich auf am Leistchen. Hier. Schön hier mal. Ich sehe das gebastelt. Roschen zeigen hier die Knöpfe. Das macht wenig Sinn. Ja mit dem. Die wird es jemanden. Über das Herz herz ziehen. Rosinen sind ekelhaft. Kommunikation mit dem Hund. Der guckt verdutzt. Das ist was es sieht wie wenn ein Osprey goes fishing. Das ist called ein Primordial Pouch. All cats haben sie, weil es hilft, ihre Körpern zu retten, wenn sie in Krieg sind. Für ein paar Gründe hat dieses Kostüm einfach eine sehr, sehr große Pouch. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so schön ist für sie. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so viel Spaß macht. Ja. Hier ist ein sehr unigkehrendes Kostüm. Der guckt ja. Der guckt ja. Hm. Was ist jetzt? Da fügt gleich mal ein Tusch. Ich sprühe heute hier im Video damit vor. Ich hoffe es funktioniert überhaupt. Ich hoffe es funktioniert überhaupt. Sekunde. Sehr schön es funktioniert der Command. Sehr schön. Das ist was es sieht wie wenn ein Osprey goes fishing. Diese Pfeil hat ein bisschen Überraschung drin. Das ist ein kleiner Frosch. Ein kleiner Frosch. Der aus dem Abwasserrinner kommt. Ich glaube er steckt. Er steckt fest würde ich sagen. Es sieht so aus als würde er feststecken. Der kommt da nicht raus. Der Arme. Diese Leute waren glücklich genug, eine fantastische Sicht von diesem Volkern zu erübten. Das ist der Ende dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und... wenn du da nicht rausgehst. Wenn du auf dem Berg stehst. Wenn du auf dem Berg stehst. Wenn du auf dem Vulkan stehst. Und dann runter rennen musst. Oha. Die Lava nicht verwöhnt. Hm. Das ist nicht so schön. Der Ausblick von dem anderen ist ja... Die stehen ja hier. Da ist ja hier. Da wird es gezeigt. Hier. Da stehen sie. Da stehen sie. Und können das hier. Das ist ja wirklich... Das ist geil. Volkern zu erübten. Dann solche Fotos hier schießen zu können. Das ist echt nice. Das ist der Ende dieses Video. Ich hoffe es hat euch wirklich gefallen. Und ich sehe euch wieder sehr, sehr schnell. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gut. Bis zum nächsten Mal.